Und damit herzlich willkommen, du Herr der Ringe-Fan da draußen. Ja, schön, dass du zu einer neuen Runde die Abenteuer von Aragorn eingeschaltet hast. Ja, ich habe jetzt mal den Sound ein bisschen leiser gemacht. In der letzten Folge haben wir ja eine neue Waffe erhalten und allem drum und dran. Das ist jetzt doch wieder ein paar Tage her, deswegen rede ich ein bisschen schneller, wo ich es letztes Mal aufgenommen habe. Ich habe... keine Ahnung. Oh, leck mich. Oh, 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 oh. Komm, ihr Rattenjunge, ich bin jetzt auf der rechten Seite hier. Und wir schnetzeln ja bedeutend mehr. Wir machen ja mehr Schaden, weil wir die bessere Waffe jetzt besitzen. Und Leben haben wir ja auch, also wir können ja auch Leben regenerieren. Aber wir haben einfach alles. Nee, da will ich noch nicht hin. Irgendwie habe ich so die Vermutung, dass wir hier noch was Gutes kriegen. Komm. Perfekt, perfekt. Ich habe auch ein bisschen leiser gemacht, weil, oh, in den letzten... Warlins Mood? Weil in den letzten Folgen musste ich ein bisschen... Äh, ja, ein bisschen viel stumm schalten. Da habe ich keinen Bock immer drauf. Mal jeden... Jede Minute da zu kürzen. Da muss ich auch einen Haufen... Einen Haufen kürzen. Und ey, das nervt einfach so hart, ne. Ich meine, ich will euch ja trotzdem irgendwie so ein bisschen... Ja, das Spiel nahe bringen und allem. Und wegen ein bisschen, ja, Musik. Ja, es ist halt immer scheiße. Das sind so die Herr-der-Ringe-Spiele. Wo du wirklich... Du da wirklich immer Probleme hast, wenn... Wenn es mit dem Sound immer ist. Gut. Äh... Hier, was kriegen wir hier? Moralverbesserung. Uh-uh. Sehr nice. So, komm. Perfekt, komm. Na, komm. Komm, 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 komm. Oh, die Krabbelorchs. Da kommen die kleinen Krabbelorchs. Gut, perfekt. Einer ist runtergefallen. Na, komm. Zwergstatt-Tagebücher. Oh, Zwergstatt-Tagebücher. Oh, zu Zwergmenge. Quest abgeschlossen. Nice. Ich liebe es, aber die Werke ist verlassen. Läuft ihr, Barlins-Tagebuch. Versichtet's Duckerbring. Barlins-Tagebuch. Ah, sehr schön. Sehr schön. Wir haben wieder einen Speicherpunkt. Nach vier Minuten. Weißt du, hast so wirklich Stellen im Spiel. Da ist nach einer halben Stunde noch nichts. Und dann hast du wieder so Stellen nach vier Minuten. Was soll das? Oh. Barlins-Tagebuch. Und was steht im Tagebuch? Nur Scheiße. So, wie ich bin, habe ich nicht. Ich habe gesagt, nein, nein. Moment, was ist das Geräusch? Komplämpf. Ist die Türen. Ausgesperrt seid da. Was entstößt, ne? Dann lass doch die Tür offen. Wir halten uns in der Stelle. Wir müssen... Ja, okay. Der Coplin-Angriff. Nein. So viele Coplins. Next, please. Next. Thank you. Okay. 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 so ihr anführer ist weg kommt da kommen noch ein paar jungs der goblin angriff ist abgeschlossen wir haben es geschafft jetzt kommt der troll oder komm troll komm komm oh nein ein toll wir haben den höhen rollen Setz deinen Boden an, um ihn zu schwächen, jo. Ach, come on, neckt mir doch die. Ne, ich saß jetzt nicht. Schnell nach, Hagon, schlag ihn, jo. Ja. Jawoll, komische, komische Spielmechaniken, jawoll. Äh. Komm, hip hoch. Ja. Schnetzen wir ihn nieder, jawoll. Als ob, ne, als ob ihr Ratten, ne. Als ob ich, ah, okay, er ist besiegt. Ich dachte gerade schon, weil so das Leben so ein kleines Stückchen in Bali ins Armschienen. Dreckt mal, dreckt mal anziehen. Die sind doch bestimmt gut, oder? Äh, da, da, Armschienen. Ah ja, sind die besser. Ich geh kaputt. Die sind ja bedeutend besser. Wir leben doch auf jeden Fall, wenn wir die Geschichte selbst gesehen haben. Ne, haben wir auch wieder seit Brücken von Kassadum. Auf zur Brücke von Kassadum. T-t-t-t-t-t-t-t-t. Äh, okay. Okay, ja, ich wollte nach Khazad-Dum kommen, aber nicht hin, okay. Mit einem letzten beherzten Hieb konnten wir den Troll besiegen. Aber schnell wurde klar, wir mussten uns beeilen, da uns immer mehr Goblins folgten. Gandalf führte uns zur Brücke von Khazad-Dum. Khazad-Dum. Juhu. Fortsetzen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir schlugen uns bis zur Brücke durch, aber Gandalf ahnte die Gefahr, die dort lauerte. Eine Gefahr, die weit größer war als die Goblins, denn uns erwartete Durins Fluch. Der Balrog. Oh nein, Durins Fluch. Oh nein, oh nein, warum? Warum nur? Das ist ganz komisch, weil wie gesagt, ich... Irgendwie ist das so komisch, weil ich spiele das Spiel und denke mir so... Es sieht halt ganz anders da aus, auf dieser Hülle, als wir dort haben, ne? Irgendwie schon irgendwie so richtig... Etikettenschwindel, ne? Was hier fabriziert ist, ne? Aber hardcore, ne? Jo, du, 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 du. So richtig Etikettenschwindel, was wir fabriziert haben. Komme ich da rüber? Ne, ne? So ein Feuerschwert wäre echt mega hart geil, ne? So schnell aufmachen hier, hallo? Der... Der macht mich irgendwie so ein bisschen... Hütend. Ja, zu dir komme ich gleich, Alter. Das sieht mir doch auch im richtigen Weg aus, jo. Der Weg ist so schnell, wir müssen mich auch nicht mehr aufschließt bitten. Jo, machen wir... Machen wir kein Ding, Gandalf. Ja, die Gandalf. Machen wir schon. Halsreihe von Fundin. Okay, äh... Den Halsreihe von Fundin ziehen wir auch direkt mal an. Halsreihe von Fundin. Ja, Bogen wäre der halt nur besser, nöde bin ich nicht. Bogen ist so... In dem Spiel eher so für mich zweitrangig. Eher so... Gönn dir einen... Gönn dir einen Schwertkampf. Ist so für mich das... Der oberste... Oberste Attribut. Gönn dir das oberste. Oberste. Oh, ne. Jo, machen wir den da. Können wir jetzt speichern. Jo. Nice, nice, nice. Aber jetzt auch schon wieder der zweite Speicherpunkt. In binnen 13 Minuten Aufnahme hier. Nein, ich bin echt nicht böse drum, aber trotzdem ein bisschen... Bin um jeden Speicherpunkt froh, den ich hier finde. Mein Siegelteil 1. Okay. Die Chancen stehen gut, dass die Goblin beruhen und erhelfenden Ruhenschön sind. Ja, super. Entscheidest du für Schlüsselseite für die Goblin. Ob das ist Schlüssel? Ich wollte nämlich schon wieder zaubern, ne. Der Arsch, ne. So, jetzt haben wir die zwei Fragmente. Wir haben hier meine Hälfte. Uh, wir sind so geil. Ja. Das war jetzt auch echt schwer, ne. Was ist denn der Depp jetzt, mein Bogen, da? So, mindestens noch ein bisschen Leben gecached. Hier kommen die ganzen Anführer her. Jawohl, Stufe 20. Moment mal, wenn du spielst bis Stufe... Ich sag jetzt mal 32, 33 geht, dann haben wir ja schon mehr als die Hälfte vom Spiel. Wir haben doch eh... Ja, fortsetzen. Wir haben doch eh... Das gucke ich gleich mal. Wir sind doch dann eh schon fertig, ne. Kannst du nicht beide gleichzeitig rein? Musst du da nur einen reinmachen? Ist das irgendwie... Ist das so gewollt in diesem Spiel? Lol, 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 Armband. Halbarz. Ich hab... Ich hab jetzt nur die Hälfte gelesen. Ah, Halbarz da. Barlins Wut macht uns mehr. Jau, dann ziehen wir den auch an, ne. Was ist das so geulich? Wir müssen uns beilen, jetzt sind wir nicht mehr sicher. Boah, ist schon hart, ne. Hart am Limit hier. Kämpfen am Limit hier. Gut, wir können uns auch wieder heilen. Perfekt. Nice. Weg, aus dem Weg. Oh, nice. Wir haben schon wieder den dritten Speicherpunkt. Es ist einfach ein... Es ist einfach edel. Wintermantel aus Rohan. Gucken wir uns hin. Speichern wir hier mal kurz. Oh, scheiße. Wo kommen hier schon wieder Gegner? Ja, ich wollte nämlich gerade sagen. Okay. Dann speichern wir hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann macht's guuut.